Du kämpfst damit, jede Woche Videos zu produzieren und deine YouTube-Strategie erfolgreich umzusetzen? Stell dir vor, es gäbe eine Lösung, die nicht nur Zeit spart, sondern auch deine Produktionsqualität steigert. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen eigenen KI-Avatar erstellen und damit diese Herausforderung meistern kannst. Und am Ende gibt es ein spezielles Angebot, das du nicht verpassen solltest. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Georg, dein Experte für YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. In diesem Video aus unserer Serie YouTube für Unternehmen erfährst du, wie du einen Avatar mit KI erstellen und die Produktion deiner YouTube-Videos effizienter gestalten kannst. Die regelmäßige Produktion von Videos stellt viele vor große Herausforderungen. Jede Woche neue Inhalte zu erstellen, erfordert nicht nur Zeit, sondern auch Kreativität und Ressourcen. Für viele Unternehmen und Content-Creators ist es schwer, diese Anforderungen dauerhaft zu erfüllen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Doch genau hier kommt das Thema, einen eigenen KI-Avatar zu erstellen, ins Spiel. Einen eigenen KI-Avatar erstellen kann eine echte Lösung sein, um diese Herausforderungen zu meistern. Mit einem virtuellen Avatar kannst du kontinuierlich hochwertigen Content produzieren, ohne jedes Mal vor der Kamera stehen zu müssen. KI-Avatare bieten eine konstante Präsenz und Professionalität, was besonders hilfreich ist, wenn du keine Zeit oder Ressourcen für häufige Drehs hast. Aber wie kannst du überhaupt einen eigenen KI-Avatar erstellen für YouTube? Der Prozess beginnt mit der Auswahl der richtigen Software oder Plattform, die auf die Erstellung von KI-Avataren spezialisiert ist. Du kannst deinen Avatar individuell gestalten, von der Stimme bis hin zur Körpersprache. Wichtig ist, dass der Avatar authentisch wirkt und zur Marke passt, die du präsentieren möchtest. Unsere Empfehlung. Achte darauf, dass dein KI-Avatar natürlich und sympathisch wirkt, um eine emotionale Bindung zu deinen Zuschauerinnen und Zuschauern aufzubauen. Worauf musst du achten, wenn du einen KI-Avatar erstellen lässt? Erstens die Technologie. Stelle sicher, dass die gewählte Plattform qualitativ hochwertige Avatare erstellt, die flüssige Bewegungen und natürliche Sprachausgabe, Stichwort Lip Sync AI, bieten. Zweitens der Einsatzbereich. Überlege dir genau, wie und wo du deinen Avatar einsetzen möchtest. In Tutorials, Erklärvideos oder vielleicht in interaktiven Formaten. Drittens die Anpassung an deine Zielgruppe. Dein KI-Avatar sollte die Sprache und den Stil deiner Zielgruppe widerspiegeln, um authentisch zu wirken. Insgesamt ist es nicht trivial, einen guten KI-Avatar zu erstellen. Eine professionelle YouTube-Agentur wie News & Video kann dir dabei helfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, einen eigenen KI-Avatar zu erstellen kann dir helfen, deine YouTube-Strategie effizienter zu gestalten, indem er die kontinuierliche Erstellung von Inhalten vereinfacht und gleichzeitig die Qualität auf hohem Niveau hält. Er ermöglicht es dir, regelmäßigen und hochwertigen Content zu bieten, ohne dabei deine eigenen Ressourcen zu überfordern. Ich habe dir zum Ende dieses Videos ein spezielles Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Wir bieten dir an, für deine YouTube-Videos einen eigenen KI-Avatar zu erstellen, perfekt angepasst an deine Marke und dein Publikum. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Film wertvolle Einblicke erhalten, wie einen KI-Avatar zu erstellen die Lösung für deine Videoproduktionsprobleme sein kann. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da und wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest, abonnier am besten gleich unseren Kanal für mehr Wissen, Tipps und Tricks rund um YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. Sieh dir gleich das nächste Video zum Thema an, nämlich Wer wird das Rennen machen? YouTube oder TikTok? Bis dahin, bleibt dran und viel Erfolg!